hallöchen von herzlich willkommen hier zu tag nummero 24 bei cosigroup wir haben wieder sind bei mir jetzt glaube ich 18 19 20 stunden glaube ich ja in etwa gewesen hat sich natürlich alles refresh weil die 24 stunden rum sind und wir haben hier natürlich über einen neuen staff neue aufgaben die wir uns alle jetzt allerdings nur eine zeitaufgabe da ja ich gebe es zu ich hätte gerne ein paar muscheln aber das ist kein gefallen okay nur ein tausch einfach nur ein tausch alle muscheln okay den tausch ich nämlich gerne und zwar kriegst du von mir die dinger hier du hast ein gutes auge für muscheln kindchen hier jetzt sind wir quitt ein bisschen herz von dir ist manchmal herz okay wir gucken erst mal nach sind hier denn mission sie wieder refresh scheinbar nicht oder dann gehen wir trotzdem noch kurz rum gucken einmal zu kitt mal wenn du bist noch nicht neu sind dann muss man einfach später noch mal noch mal wieder kommen danke sehr ansonsten habe ich alles was ich haben wollte wir können euch nur lampen kaufen für zehn quarts edelsteine diesmal aber überall an mitzustellen ist auch hässlich oder ach guck mal ich kann nur eine kaufen okay dann ist egal ja einfach mal hier die lampe hinsetzen es ist einfach super wenig wobei es sieht schon es sieht schon viel aus aber es ist trotzdem nicht so viel dafür dass es so eine riesen insel ist wir haben aktuell echt keine mission hier oben war auch noch was da aber egal wir gucken jetzt rum weil nichts machen so okay dann sind wir noch mal kurz rumgegangen was möchtest du von mir viel glück geistfinder prachtstück mal unter uns ich glaube nicht dass frau matzdotter mich mag als wir letztens über deinen urlaub in koziko sprachen erzählte sie mir in ihrem schwedischen akzent etwas über einen toten könig in verfluchten ruinen wahrscheinlich nichts wo dir sorgen machen müsstest grüßt mir die einheitlichen poltergeister an die camping die nehme ich natürlich gerne mit vielen dank dafür du wirst das hier alles ein bisschen bunter machen würde ich das mal hier oben meine winkel setzen es werde nicht alles wird immer mal farbig machen mal gucken was sinnvoll aus und was weniger sinnvoll aber das können wir schon dann doch noch ein bisschen glaube ich nicht die ist nämlich nicht farbig also die umgebung meine jüngste weide ist gerade in ihrer rebellischen phase sie sagt sie möchte ihr aussehen verändern wie wäre es mit blauen blättern das tut mir leid das mache ich nicht nicht bei sieben missionen er bei sieben blättern aber er hat mal eine mission hallöchen neue rechte hand wir müssen uns über deine klamotten unterhalten sie waren einfach perfekt für deine alte rolle genauso stellt man sich einen ganz normalen bürger aus einer kleinen stadt vor aber jetzt jetzt reprisse oder draußen mich du musst elegant aussehen hier eine einkaufsliste und meine kreditkarte ob sie meine kreditkarte ist ja schon am limit darf der klamotten fürs erste ruhig selbst ich gebe das geld später irgendwann willkommen im team valentina ok bro dann lass uns diese muschel hier noch mitnehmen ich hätte wie wieder bock zu fischen so alle komplett durch fischen wirklich lust drauf okay halt geisterbären so weit das auge reicht spektrale feld knäuel übers festland poze mit aufgerissenen schnuten voller spitze erzählen ihre geschichten herausbrillend ja aber nix mit diesen säugetieren gemein aber hätte ich einen freund mit feder und schnabel zu konversieren ei das wäre fein ein erwachsener vogel also wir haben doch einige missionen irgendwie sieht das immer aus nach einem ding zum aufsammeln aber tut es tatsächlich nicht gut wenn du nichts für mich hast dann werde ich mal kurz an deinem an einer wurzel ziehen hier an dem bäumelein rütteln an dem haa okay es ist monster gestrubt das gehe ich nicht down aktuell zumindest nicht kit soll mir ein paar sachen verkaufen für 900 alte münzen so ein teures zeug in deinem kleiderschrank hängt neue kleider besuche flammen um sie dir anzunehmen weil dann nicht gerade dass ich sie anziehen soll er anziehen möchte ja ein holz für dich ja bitte sieben stück damit nicht voll und ich möchte meine kleidungskollektion ansehen ach so habe ich schon ich habe schon angezogen aber die sieht man wahrscheinlich nicht weil anderer stuff da drauf ist darüber die 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 ich muss sagen mittlerweile ist das game ziemlich cool geworden also am anfang war es ein bisschen zäh gewesen aber mittlerweile gefällt mir das immer etwas besser viele geister viele aufgaben ja dieses outfit ist einfach perfekt es ist sogar so stylisch so hyperprofessionell dass ich mir sorgen mache die leute könnten meinen dass ich für dich arbeite und bei genauer betrachtung muss ich feststellen dass der die der schnitt rein gar nicht steht in dem hals ausschnitt schwimmst du ja förmlich vielleicht sollte ich es doch behalten doch dass in meinem schrank für einen besonderen aus anlass aufbewahren klinge nach einem tollen plan bürgermeistern moment augenblick hast du mir gerade meine neuen klamotten geklappt für dich bezahlt habe klinge nach einem tollen plan bürgermeisterin ich mag deine positiven einstellung rechte hand und bei genauer betrachtung gefällt mir das was du an hast auch ganz gut hier steht mir liegt diese stadt zu sehr am herzen als dass ich mich um materielle dinge scheren würde das haben wir gemeinsam nicht wahr uns liegen dinge am herzen manchmal sogar zu sehr ich kriege ein geisterholz ein stück deines herzens und du machst das alles wieder ein bisschen farbiger das finde ich ist ein guter deal auch wieder eine zeit mission weil er farbig ist hast du in letzter zeit irgendwo werkzeug rumliegen sehen meine kamera scheint kaputt zu sein mit einem defekten wohnmobil kann ich ja noch leben also ein wohnmobil aber wenn ich nicht einmal fotos machen kann was soll ich denn den ganzen tag dann tun gut das müsste beim bürgermeister liegen aber die sieben dinge sammle ich nicht eins ist in ordnung sieben ist ekehaft wo muss hier ein erdhaufen sein na das ist aber stimmt wieder hin und verstecke jetzt ein blatt aber naja das ist zwar ein erdhaufen aber ich glaube nicht dass das ein erdhaufen ist wo was rauskommt oder ok hätte ich jetzt nicht gedacht dass auch da was drin sein kann ich dachte immer so ein so ein grashaufen hätte jetzt gedacht ok in ordnung nehmt hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht danke dir dann hoffen wir mal dass nichts irreparabel beschädigt ist oha essenz sehr schön ich glaube ich werde ein bisschen fischen gehen ich glaube die haben mit dem update das zwischen auch ein bisschen einfacher gemacht habe ich zumindest im gefühl was möchtest du denn haben alison allöchen augenstern offenbar warst du wirst du leiser mit richtiger bäcker konnis hören möchtest du das geheimnis meines erfolgs wissen gibt nur ja also die meisten werden ja erzählt dass es beim backen um genauigkeit und regeln geht du weißt schon zwei welcher mehl mit der hand vermengen den ofen statt in mikrowelle verwenden aber ich weiß es besser beim backen geht es um liebe wenn man mit herzblut bei der sache ist und das essen mit einem lächeln serviert dann schmeckt es so viel besser zumindest hoffe ich das denn manchmal verweckt sich zucker und salz das hier könnt ihr mir das mysterium verderben oh das ist weise ein gutes mysterium muss man genießen weißt du was ich da hatte mich so gerne mit dir augenstern zugegeben mir liegt so gut wie jeder in dieser stadt am herzen aber du bist trotzdem etwas besonderes einfach nur quatschen ist ja geil ja sehr gerne ne habe ich gerne gemacht da halt mich gerne mit dir ach stimmt das konnte ich letztens auch nicht mit dem weil hier stimmt dass wir deswegen wollte ich ja mein links erweitern meinen safe mein zelt stimmt da waren wir hängen geblieben ach stimmt ja ja hier ist auch was siehst du da habe ich auch nicht gedacht dass ich ja auch in den wünscherufen dabei habe und da ist wieder ein stück stein behauner stein leider ist schon wieder irgendwo anders jetzt sind wir zwei aber wir sind auf der richtigen auf dem richtigen weg wunderbar gleich zwei hintereinander was ein träumchen noch ein stein oder ein stück ein geschnitzter knochenwürfel oh der ist neu glaube ich ne ne doch nicht alles hatten wir schon aber das habe ich noch nicht gespendet anscheinend bin ich dazu verdammt mein zeug zu verlegen stifter schlüssel vergaser und jetzt das würde es mir vielleicht zur hand gehen beliebige gewöhnliche deko außer bäume alle junge sens alle verarbeitet essen ist okay die kann ich dir einmal kurz kaufen die 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 genau die zum beispiel und du möchtest einen erwachsenen vogel überteuern den gab es irgendwo aber nicht mehr hier aktuell zumindest nicht hat mir noch jemand vögel verkauft konnte ich die backen bei alles näher würde sehr das da kriegst du das da und das dann alles das was ich am öftersten habe alle verarbeiteten essen ne du kriegst gerne 5 deluxe dinger von mir lieber dir die früchte die ich da tausendfach machen kann du bist wirklich eine gute seele jetzt muss ich nur dafür sorgen dass nichts mehr verschwinden kann ich habe die müssen von letztem manchmal aufgesammelt ja die bleiben liegen das passt schon die sammle ich auf wenn ich bock habe tja ansonsten war es das erstmal wir haben wieder keine mission mehr die klar ist logisch mit dem vogel ja gut der mit dem vogel will mir noch was geben ne die sind voll voll dingens voll abgehoben die wollen ihr obst torten haben und was weiß ich noch alles ist hier super nervig ich stehe einfach tausend millionen bäume um immer noch kurz die dalien glaube ich ja ja okay wir können alles wieder reinlegen in der hoffnung wir haben noch genug platz sehr schön ein traum gut durch dieses riesen lager das hat immer noch sieben plätze das ist so geil und da kriege ich 28 40 plätze für nur 200.000 nur 200.000 ist auch viel muss man sagen aber schon schon wahnsinn ich glaube tatsächlich wir haben jetzt die meisten müssen erledigt das konnte ich einen basteln ich bin ich weiß nicht ob wir den bei kit kaufen konnten es kann sein dass er ihn hin und wieder im im sentiment hat ich gehe nochmal ganz kurz bei meinen kraft dann gucken er ist auch nicht was haben wir hier reitungsstände blumenbecken die in ihrem blut so abzeichen arbeiten aha müssen wir alles nochmal später kaufen warum willst du diesen neu oder was ich habe echt nicht mehr viel viel viele essen ich habe 65 esse so viel ist das wirklich nicht viel ist das echt nicht warum ist der lila eine top pflanze metallstuhl und ein eisenstuhl mit den städteplaner dann noch kurz bei alice vorbei und wenn auch sie nichts hat dann ist es wirklich kit der hin und wieder also ich glaube nicht dass mir alles einfach ein vogel backen kann eismann manchmal die kann hier konnte ich nur die essenz backen er braucht kakaobohnen ja und die kriege ich aus meinen sträuchern physale sträuchern und so weiter ein füllhorn ufff gut ist es tatsächlich nicht so schwer das werden wir auch irgendwann mal alles machen das ist kein ding alles was wir natürlich noch nicht gedingst haben gespendet haben ja locker dann machen wir das ja machen wir alles easy peasy die eier sind ein großes problem weil ich halt die vögel nicht glücklich machen kann müsste ich mal machen mit den ganzen torten und alles oligarchensalat gut dann verbleiben wir so ich gehe jetzt noch ein bisschen angeln alles was ich noch im inventar bekommt hier rein das schmeiße ich einfach mal weg das blaue blättchen so das habe ich nämlich wieder 0 von 7 läuft eben aber das macht nichts sechs dinger brauchen wir noch ok und dann werde ich jetzt ein bisschen angeln gehen und wir sehen uns dann gleich im zweiten teil dieses videos dieser folge dieser folge wieder ja bis gleich und da sind wir an tag 25 angekommen saisonal fortgeschrittener haben wir als mission erhalten und ich habe glaube ich genau ich habe ein bisschen gefischt die werden wir uns gleich mal angucken wir müssen sie uns tatsächlich jetzt angucken denn ich wollte nämlich eigentlich gerade die ganzen bäumchen ent ent fruchten wir haben ein paar die wir tatsächlich sogar abgeben können ich habe immer noch ach so dieses blatt was ich hingelegt hatte ich habe das einmal weggeschmissen weil mein tag keinen platz mehr hatte und dann werden wir mal eben hier etwas spenden den opalfisch den piratenbarsch die meerbarbe und die meerbrasse fischerkenner kleine fische ein gewöhnlicher fang und eine meerbarbe über dieses prachtdecks und plakosieren die wildesten geschichten 6000 alte münzen so er mittlerer fischer piratenbarsch ist dagegen nur selten zu finden und die meerbrasse oh welch seltener fund gut gut den rest hatten wir halt alles schon mal das ist den können wir wenn wir alle getrost einfach mal in unser lager packen anleitung anleitung haben wir noch ist das cool dass wir einfach so viel platz haben nice so die anleitung einmal für den scheinwerfer eisenbarren weichheitsessenz des glücklichen wichts ok dann schauen wir uns noch unsere beiden achievements an spiele in mehreren jahreszeiten 2 wir haben jetzt also schon die zweite jahreszeit scheinbar ich weiß noch nicht genau woran ich das erkenne ist ja Tag 24 gewesen das ist eigentlich aus meiner Sicht noch keine zweite jahreszeit aber gut wenn das spiel das so sagt dann ist das halt so und sammle 25 einzigartige fische let's go ich werde mal ganz kurz hier alle früchte entnehmen so da haben wir uns dann schön gefüllt mit diversen so eine kakaobohne sehr nice schmeißen wir erstmal alles wieder in unser riesiges zelt hinein und wir geben uns dann auf die guck mal das deluxe blattgemüse kann ich sogar geben oder habe ich das schon donated kann nicht sein schlecht habe ich glaube ich sogar verspendet ärgerlich sorry mein kleiner vogel kann ich dir dann doch nicht helfen genau hier habe ich ein bisschen was hingelegt gehabt als ich Fische gefangen hatte ähm damit ich Platz für die Fische habe da haben wir noch eine Muschel mich juckt es in den Fingern Steine ditschen zu lassen aber ich finde einfach keine vernünftigen Ditch Steine vielleicht schnappt Kapitän Schnauze mir alles für sein Nest weg ja okay Zeit Mission wieder mag ich jetzt nicht so unbedingt aber um für eine neue Mission die keine Zeit Mission ist Alison hat auch wieder eine Zeit Mission glaube ich kann ich dir bei etwas helfen? wusstest du das mal mit der richtigen Geistfinder Ausbildung die Gedanken eines Geistes lesen können? ich zeig's dir mal ich denke an etwas das wächst kannst du mir das bringen was ich mir gerade vorstelle eine Himbeere leider auch wieder eine Zeit Mission das finde ich etwas schade wir können erstmal das mitnehmen was was hier ist wir können auch in der Zeit gleich auch mal hier das Stück Geisterholz kaufen sehr nice für 1000 Euro let's go Vogel, warum ich brauchte einen alten Vogel genau einen erwachsenen Vogel oh sie hat eine neue Mission sehr schön endlich mal wieder eine normale Mission nicht nur eine Zeit hier war irgendwo noch ein Baum gewesen wo war denn der gerade? hab ich nicht gerade einen Baum gesehen? hier ist er versteckt warum ist der versteckt? weil er sich dann versteckt ne? ah ist manchmal sehr nervig na gut ich kann den Baum nicht ernten weil er davor steht oh no ich habe auch gar keine Erze wieder gefunden wenn wir den Vogel haben ich glaube ich habe es endlich geschafft ja meine Inspiration ist vollständig aufgebraucht alle meine Skulpturen sind so flüchtig sie sind nichts weiter als ausgehöhlte Formen und Ideen nicht eine von ihnen tief reichende Wurzeln ich muss meinen vorherigen Existenz einen Besuch abstatten vielleicht könnte mir ein Geistertitel benötigt und eine Inspiration verschaffen ein erwachsendes Rotwild jetzt habt ihr aber Vorgaben ey man, man, man jetzt werden die Vorgaben hart, Leute so jetzt haben wir immerhin okay, hier muss es irgendwo sein oder Quatsch, was ist noch mit dem hier? die Stadtbank braucht eine Hilferechte Hand ihr fehlt Auslagegold für den Tresorium und die Schaufenster das macht einen schlechten Eindruck jaaa ganzen Goldbarren sogar hmmm also leider nicht wirklich eine Mission dazu nur das finde ich ein bisschen schade gerade haben die Schärfer keine Mission mehr ja etwas ärgerlich was auch wieder hier ist wieder ein Stein aber der bringt mir nicht wirklich viel weil ich glaube nicht, dass sie suchen werde alle komm her aber wenn ich sie finde natürlich nehm mal mit definitiv du, da wirst du ja wieder mein Brief Brief Chief weißt du, was ich gestern getan habe? ich habe das Paket mit dem Fußball und dem Orden zurückgeschickt zurück an den Absender Mission erfüllt ein gutes Gefühl jetzt machen mir meine Postpflichten endlich wieder Spaß heute ist quasi ein Tag zum Anstoßen Post Huchuchuchuch Posthumor zeitlos gut ok einfach nur, nur so ein bisschen gequatscht ok kann man machen die Fotos, die du mir gemacht hast, haben mich sehr verwirrt war ich Briefträger oder Seefahrer? bin ich jung, ertrunken oder an Altersschwäche gestorben? antwortet keines von beiden nein, das kann nicht sein irgendetwas davon muss doch wahr gewesen sein das muss dir komisch vorkommen, hm? wie kann ein Geist seine eigene Geschichte derart durcheinander bringen? die Erinnerungen kommen und gehen einfach wie es ihnen beliebt ich weiß, dass ich ein echter Einsiedlerbär war und dass ich meinen Lily geliebt habe weil über allem anderen liegt ein Nebel wie gut, dass ich in der ganzen Ewigkeitszeit habe den Nebel zu lichten, was? die Geschichte geht weiter ist das auch was? ne können wir mal wieder etwas ausgraben da sind wir schon ganz gut, ne? Festballons und eine Windmühle erstmal gucken, ob wir hier noch Leute haben, deren Quest wir erfüllen können während wir hier ganz entspannt die Dinger ausgraben Alison haben wir hier auf jeden Fall noch ja, da ist sie noch Rate mal, was ich gemacht habe ganz recht, ein neues Rezept das wird dich wirklich aus den Socken hauen hoffentlich nicht buchstäblich dieses Mal sei so nett und such mir doch die letzten paar Zutaten, ja? leider auch wieder eine aber okay, das können wir machen das da Nüsse kann ich genügend oh, das ist einfach perfekt sowas finde ich ganz cool jetzt noch ein wenig rachsüchtigen Geisterpfeffer Sonnenverbrannte Tomaten und das ist magnifique same, same magnifique ding, 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 ding ich hatte irgendwas noch bekommen geröstetes Nussmähl, okay ja, sowas gefällt mir so ne bisschen sind ganz nice kurz mal Stuff geben, den ich eh schon aufgesammelt habe das finde ich gut so, hier haben wir auf jeden Fall den okay, interessant sind hier drei sind hier bei drei Kreuze versteckt mittlerweile ne okay, hat sich so angefühlt da ist er aber den letzten Ditch den kriegen wir da auch noch hin oder den letzten stecken wir auch noch hin bei Festballons war das gewesen und so viele Festballons gibt es hier ja nicht ich müsste ja mit einer Party sein also ich kann mir höchstens beim Bürgermeister vorstellen, dass ich da eins verpasst habe achso, der hat natürlich auch noch eine Mission, ist logisch ich möchte etwas kaufen ach, guck mal, bei dem kann ich die kaufen oh, wie jung und dämonisch kann ich die wirklich nur hier kaufen, ja 50.000 alte Münzen, 10 Halbmeter Steine na gut, dann müssen wir wohl wahlen ich glaube, anderweitig kriegen wir nicht wir müssen sie immer kaufen, ne oh, das tut weh das hat weh getan Gerüchten zufolge ist in diesem verschwindenden Statuen ein Geheimvorrat versteckt Junge, wenn ich die nur in die Finger bekommen würde wäre in meinem Notfall sicher praktisch suche nach einer traurigen Statue in gutem Zustand und schüttle sie what? okay dann lass uns doch noch mal kurz Richtung den Ballons laufen dieses Blatt ist so nervig, habe ich das jetzt wirklich? krass, ja, richtig kann man das so machen dass man einfach für die nächste Mission aber welche zur Seite legt, wenn man sie nicht schafft einfach ablegen dann behält man sie scheinbar so, du kriegst das leider erst in 11 Stunden das tut mir leid oder ein Ceska es hat 50.000 Münzen, 10 Halbmeter ist aber teuer gewesen, ne oh hier ist eine Statue ne, eine Träure, die ist traurig der hat zweimal geschüttelt, wollte ich gar nicht der ist böse aber ich weiß nicht ob die traurig ist ob die traurig sind und macht es mal zweimal ich nicht einmal hier vorne und ein ok da ist der besen immerhin gefunden jetzt sind die anderen alle weg ich habe gar nichts wasser das ist aber nichts der himmel steht nicht mehr da ach so eine himbeere ist wahrscheinlich was was ich haben müsste ich aber keine himbeere habe ich da stecht schlecht aus festballons aber das sind doch ballons hier müssen noch ballons die 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 wir jetzt zwar bisher erledigt sehr schön auch wenn das nicht unbedingt mal begehren war weil ich dadurch leider keine nichts bekomme was wir zu haben ich bekomme bist du wirst gar nicht so erstmal gebe ich dir einen besen bitte sehr jawohl genau das habe ich gesucht das kommt direkt auf den haufen dank gesehen und da gibt er mir viele früchte und als die himbeere nice okay eine grüne papaya eine himbeere und eine rennig load und eine geröstete frucht sehr nice hey echte steine und sogar genau die richtige art woher wusstest du das die werden verflucht gut springen vielen dank malate ein paar muscheln und alles ja ist auch praktisch nämlich auch mit gut dann kann man ja auf jeden fall die mission die himbeere geben sehr cool der eine mission die andere bedient vielleicht gefällt mir ha genau und hey ich weiß ebenfalls genau was du denkst wo ist meine belohung stimmt ähm ja essenz eines glücklichen wichts gut der andere wicht kommt leider erst später an dann haben wir hier ein bisschen bisschen licht gemacht sehr schön brauchen wir noch mehr lampen ja ich habe den baum gerade gesehen da ist ein baum der abgeerntet werden möchte haha ja das ist komisch wenn ich finde wenn die die bäume da wenn der früchte daran werden dann müsste er auf jeden fall und transparent sein dass man das besser sehen kann meister das war ja für klar gewesen ein tisch gewöhnlich edles blattgemüse sondern das glaube ich aber das größere ja aber euch die bessere machete gut dann gehen wir ab zu unserem unserem feuerchen dann schmeißen wir mal wieder ordentlich was drin hier ja ich hab schon echt ein volles inventar ich kann es mir gar nicht vorstellen man 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 leute so schnell geht es so schnell ist wieder leer ok gut wir haben auf jeden fall 200 zeiten erledigt und nächstes mal das erwachsene rot wird ein erwachsener vogel den verkauft er scheinbar leider nicht kosten alle ok der eine hat einfach nur 50.000 gekostet das war das teuerste für mein geldbeutel auf jeden fall ok ansonsten haben wir noch diese eine mission mit dem goldbarren und goldbarren habe ich glaube ich doch gar nicht ne habe ich schon gold gold ist mir ehrlich gesagt noch zu wichtig ums sortieren ach wunderbar ach herrlich auch guck dir das an wie geil ist das denn die pilze sortiert sehr neu ist die früchte die blattgemüse und auch das erz wahrscheinlich genau ich habe tatsächlich noch kein kein gold erz aber ich finde auch nichts mehr an erzbrocken seit dem update finde ich nichts mehr an erzbrocken total krass ultra selten geworden ok leute coole sache das heißt wir haben wieder ein bisschen die herzen gefüllt genauso wie ja gut wir haben unsere briefbeutel brieftasche entleert und bedauerlicherweise aber im nächsten mal können wir weitermachen und warten auch wieder neue schätze zum ausgraben auf uns wir können euch das viele blattgemüse noch kurz abgeben für meinen und mein vögelein nächste vogel füttern wir ihn mit ein bisschen glücklicher und er schmeißt mir ein paar essenzen raus hoffe ich nächste ausschweren ernten wir mal ein ei und eine ist so zwei essenzen sehr schön genau ok leute dann würde ich sagen sehen wir uns der nächsten folge wieder kann ich hier ein ding geben der war so ein hinweis keine hinweise dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder bei korsi groove das war's gewesen mit dieser folge zwar im zweiten teil nicht mehr ganz so vielen gemacht dafür allerdings diesen teuren vogel gekauft weiß eigentlich nicht wo ich den herkriege den erwachsenen focus könnte sein dass ich den hier ausbauen muss bei kit den laden kann ich hier glaube ich noch einmal ausbauen genau für 200.000 alte münzen es könnte sein dass wir tatsächlich diesen diesen teil brauchen damit wir den erwachsenen vogel kaufen können naja mal gucken ob wir genügend geld gesammelt haben wir sind sie nächste folge wieder vorne korsi groove bis dahin leute ciao